Schau! 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 Ne! Hartschnitt! Du schmiss dir ne Arme schlosser an den Goodies von Mark hatten ja noch gehen! Dann gucken wir mal da, erne ich das zur Hand habe. Da schreibst du den Kanal an. Ja. Würde mir gerne Pokémon-O, aber dann kriegst du alles am engsten. Dann kommst du mal gucken. Dann geht's. Gut, du musst. Was wirst du denn von Toshigo in seinem Team gehört? Ja. Sehr Melmetal. Ah, das hat ich noch nicht gesehen. Ein Airdoktil mit Flammen, denke ich, hat mich auch ziemlich gekühlt. Von der Konsole, ja. Ich bin relativ verpasst, dass hier so viel Shinies wird mir selbst erzeugen. Ja, das ist wirklich ein Shinies-Show geflischt, ja. Ja, da hat man aber ganz... ganz schmuck. Ja. Nee, äh, weil schon hei... Also, ich löte der Teile so hei direkt auch auf, dass du während da sind dann noch, ähm... Selbst dann sehe ich schon die, äh... Nehmen die sich auch direkt von der... Capture-Card kriegen. Ja. Also ich kann natürlich das schon mal so, dass... Die drei, die mir kleiner zu wollen, das sind die vom... Kampfhitten Toshigo. Und die, die extra zu wollen, das ist der Kampfhinterin. Okay. 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 Und... síkä aus, dass ich eine Verwählung six would ... Fuss, schACEf, sch Abe. Aber ja, wer und meine ich auch nicht hingeht? Ja, das hat meinen Kopf von Solarstrahl geholfen und läuft halt nie, wie sehr der ein. Und ich hab Solarstrahl in dieser Flurm und vielleicht Geheil bringen. Ich hab keinen Druck. Der gesagt, dass ich ein Team mit Geschwander zusammen gewürfen werde, deutlich. Ich hab schon in Graysendales mit dem geschafft, werde ich von der Story her, dann... ...schüss den Nido King, hab ich mal gefarmt. Also, den Sichergang. Obwohl... Ich bin nicht das Sichergang, obwohl ich schon den hab. Das wird einfach schiss von... ...das hat so für Geburt schon besser Werte gehabt. Mir gesagt, aber im Battle dreht der Marsch schon viel aus. Das ist... ...oder... ...nochmal. Ich meine, längst schon... Aber ein Problem ist, dass ich mit dem Vergleich mit Pokémon GO... ...das ist noch... ...eigenlich egal, kann ich mal so. Boah... Ja. Scheiße. Bei Pokémon GO könnte ich nun viel zu so, weil du sie nicht schuze leue. Wie viel damage musst du denn in der Story, da? Oh, und ich schuze. Ich fange nimm die nun frisch. Danke, weil ihr habt. Ich kann doch so mal, ich will nur nach... ...sachs, wohl eher dann drissscher, die Faust, also perfekt werden. Und äh... ...und äh... ...und zu mir statt, dass du ja... ...prozess... ...haft zu... ...ja, es ist schon da... ...drei, die wirklich perfekt werden. Und eben den Evoli... ...und... 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 ... Mastermind... ...움st du nicht klar. ...aaa... ...auch, ...und... ...und... ...uishke дня. Sa... ...un... ...und... ...und... ...wann... Zwischengang, wenn man denkt, meine ich vom Professor schweiz, legt er dann die Richter auf den Tür. Ja, das ist ein Torwart aus langem Durchsturm. Da waren wir aus City, also in Riez, in Riez, in Riez. Ja, voll Sinn. Wie gesagt, damit kannst du schon eben gesehen, mit weiter sehen. Also die von, wie ich sah, Klumanda, Shige, die sind relativ gut, mit einem Perfekt. Und eben Starter sind wir perfekt. Und das ist ein Lacky. Ja, das ist ein Lacky. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich glaube, dass du so Ton, du siehst, was ich gefunden habe, den Effekt gesehen habe. Nein, nein, okay, aber ich kann gerne einen Fall zu können. Ich weiß nicht, ich komme mal. Ich gebe Feuer, dann ist dabei. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du da hast. Ich weiß nicht, dass du da hast. Ich weiß nicht, dass du da hast. Also, ich muss zu Hause gehen. Weil mein Match mit dem Rekki du hast wohl nur, dann muss ich nicht zum Haus herkommen. Okay. So, auf jeden Fall ist der Tatumbrust. Ne, er hat nur noch einen Gluraktor dahinter, ja. Mal gucken, ob ich schon noch klein gemacht habe. Oh ja, den Punkt gib mir das auch nachvollziehen. Kommen wir auf YouTube. Das ist der Fall, wenn man Meisterball rumst, du bist schon gekommen. Also, ich finde, du hast gefangen. Also, ich, wenn ich im Level vergeht, nicht zu kämpfen. Mein Trick war schon Toxin, also ich war nicht Level 70. Ich habe schon Toxin angesetzt, als Schutzschild, da bist du einfach für dich gegangen. Okay. Weil ich eben schon nicht in der Level-Fahrt war, ich dachte, okay. Etwas begrenzt, legendärer Hölster, den Meisterball noch benutzt. Nö. Und so ist Preis nicht am Funger, nicht am Spielen, ne. Ja, ne. Ich meine, du hast Zaptus Laber, du bist jetzt über Level 50. Ich habe auch vollen Strand her, das ist mehr bei Mewtwo. Boah, so ist es gefangen. Willst du direkt wie weit oder? Ja, ich habe auch von so einer Pocken-Könchwürstel und dein Getötet gewährt. Ich fahre sich ja ein bisschen schlecht. Aber ich habe auch ein Glorock von mir gehört, mir auch da ist, du siehst ja in der Glesung schon gehört direkt. So, nochmal ein Regeln. Also, du kannst ja auch mein Team gesehen, wann du an der Auswahl warst, dann ist schon auch ein Tuchtock dabei. Ja, dafür entsprache ich durch die Getötet von gewährt. Ach, jetzt sehen wir den durch. Ich bin... Ich bin... Ja, ich weiß nicht, wenn ich mit dein Feature heil soll, dass ich direkt zu dem Team von Grail bin, dass du Stalker gehst. Also, ich spiele gerne mit Pokéball, du kannst nicht den Kack tricken, ne. Da geht es doch nicht. Das ist doch ein bisschen unfair. Okay, das ist auch mal was anderes. Ich hatte ja auch sehr gut gemacht. Aber ich bin noch gespielt, ich habe geformt. Da haben wir Dinge zu tun, oder zugehörig. Ich sollte am Anfang recht gefühlt, wenn der Rikki spielen, wenn du nicht aufgesucht bei ihm. Aber da findet sich dazu, dass du nicht aufhängst. Joelo nach Sponsantbrot, ich habe drei Metschen am Ende gemacht. Aber ich halte schon von mir. Ja, doch, ich halte schon zwei Jahre durch. In der Mitte. Ja, das ist praktisch. Ja, das war's. Ich halte schon von der Juiz. Von der Juiz zu sieben, das geht nämlich schnell. Ja, ich habe immer noch Zeit lang gelostet und habe mit Wiedlisch hochgeführt. Ja, das war's dann. Ich habe den Jero merkt, weil sein Team ein bisschen abbildet und er hat uns geschrieben, ne. Ich habe direkt zu dem Kampf. Ich habe mich gestern noch gefragt, ob du für einen Doppeltausch auf Skate Marmee hast. Du hattest schon alle lang geparkt. Ja, ich habe mir dann am Anfang aufgefahren können. Am Anfang ist es bei diesem Spiel nicht mehr gegangen. Das ist richtig gefühlt. Aber das hat mich auch zu spät genommen. Ja. Das mag man kein Erdbeeren, ne? Vielleicht. Du hast das nicht gereicht. Mhm. Scheiße, du guckst mein Goalsturner, seiber Mufank, Finger, Queen, goll. Hast du noch nicht gut gelevelt, außer noch so Mufank. Ja, der hätte, wenn er seine Atax, da die Runge abgehren. Ja. Okay, Favoriten, wir sind einfach ein mehrspeicher Atax. Das knatsch gut so. Ich habe einen von meinen Favoriten in der Sacken, das Flammenblitz. Was gelöst? Die haben so Taschnisch-Maschinen. Nein, nein, nein. Nur mit dem Kampf haben Toshi geholt und schmeckt auch Zahn. Ich denke sie praktisch, die gehen nicht mehr mal sichern. Nein, aber ich spiele auch einfach das für Fun durchgespielt und nicht das Trinklerbier schläppst, gell. Den werde ich gemattet und aus dem Deck. Ich meine, ich kann das noch nie wirklich intensiv streiten. Es geht nur darum, dass ich so viel brüchst. Das ist auch noch ein bisschen Tandja, aber passt mal auf den Perloten, oder doch? Nein, das ist doch von Riki. Ich meine, aktuell bist du Wanderpaus mit Verklimmern, gell. Ich war auch so nie mega aktiv. Ja, das ist ein wenig, aber ich mag es jetzt. Aber die beiden haben sich gepunktet und nicht gesehen, ob die Dijkstraße drin ist. Ja, du warst schon, dass die Dijkstraße drin ist. Ja, das war zuerst. 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 Ja. 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 Ängste, ne? Mhm. So viel Switch. Nächste Ball hatten wir natürlich, dass du auch noch vier, noch Sört, ne? Ich meine, warum hast du so drüber angefangen? Ich bin versprochen. Oh, das wird interessant. Vielleicht, ich hoffe, dass du aber erstmal bei dem Pro Controller spielst. Ja. Das ist wahrscheinlich noch cool, ne? Nicht, dass sich mit dem Poké-Boldo befasst sich, erfährt nicht schlecht. Ja, ich meine aber nicht. Ich meine, etwa schon so lange Gamewege läuft hier. Die Leute mit Pokémon GO bis zu Köder, gebe ich so. Weil die Späckner waren auf der Stadt, von Schein zu von der Regel, und nach der Leuchzeit gemachten Stimmen zu Leuten mit dem Poké-Boldo, weil die haben mit Pokémon GO verbunden, was alles aufschließend ist. Das ist praktisch. Der möchte ja auch Gereischung, oder? Ja, ja. Vielleicht, wenn ich mir doch die Balle rüber. Ja, das ist dein cool. Ich bin so gut, wie die ausschaut, weil der ein bisschen creepy und wird so... Komödie Gereischung gewährleistet. Boah, Pikachu geht da rum, ne? Wie, ähm... Gibt mein Kaffee, seht ihr da, der Biss? Ähm... Ähm... So mal so... Du warst doch... Mensch... Sonst warst du nicht an der Kupplist. Ich war so lange Tage mitgemacht, aber ich bin schon ein paar Jahre lang drin. Ich war so und ich hatte eh gesehen, dass dein TL T-Shirt manchmal nicht... Du kennst das denn, dass du eh beim Smash Tournayer mitgemacht hast? Ähm... Nicola Lewis, ja. Wir sehen, dass er ja mit dem T-Shirt durch und rumläuft. Wir haben jetzt zwei Jahre Sponsoren quasi. Also eine Stütze, Supporter, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie du mir immer so aufgefallen, so wie wenn sie beim T-Shirt Lounge gegangen war. Hast du durch das Logo gekannt? Ich kann auch keine Lounge, aber wir nehmen die T-Shirt und die nicht raus, aber... Du ne, ich meine, da ist... Hattest du noch... Keen Treffer oder etwa? Ich hab schon drauf gepasst. Gäbe ich einen Kaffee? Ne, ich hab schon viele Treffer mit meiner Zock. Hast du nicht? Ich hab schon drauf gepasst. Ah, okay. Ich hab schon drauf gepasst. Ich denke, ich ist ein bisschen Buoy in der FKA. Keine Absätze geworden, ne? Also, ich ist auf die riesige Attacke gekommen. Ich meine, ein Viertel in der Javunas. Ich kann nicht mit der aktuelle Generation von den Typen hier ein bisschen raus. Das ist dahinter, ja. Das ist nicht vielleicht mein Lieblingsfeuertag. Jetzt hört immer der Preis vom Rektstoß. Ich habe noch einen Ring auf den Rektstoß. Ich hoffe, ich habe noch nichts gewonnen. Ja, das ist natürlich nicht Ich meine, es war unglücklich, dass du mit dem Geowatt gestärkt hast Das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch Ja, ich habe gesagt, die käme auch nicht fertig gehen 2-6 und 3-6 ist okay, das ist natürlich nicht schön Mario, gg aber doch, ne? Ja, das ist natürlich nicht